Auf die Plätze, fertig, los! Funsions Funsions Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit sieben Treffern. Natürlich finde ich es schade, dass der letzte nicht reingegangen ist. Aber vor allem bin ich glücklich, weil meine Trefferquote die letzte Saison nicht so gut war. Deswegen bin ich mit sieben eigentlich ganz zufrieden. Sieben Treffer in 49 Sekunden bedeuten für den Löwen-Youngster Rang 8 in der Club-Challenge-Wertung. Damit bleibt Bad Ravensbergen weiterhin das Maß der Dinge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017